Ihr habt mit Sicherheit schon mal einer dieser magischen Timelapse bzw. Zeitrafferaufnahmen beim 3D-Druck gesehen. Das Modell baut sich dabei gleichmäßig auf, ohne dass sich Druckkopf oder Druckbett bewegen. Wenn man ein wenig drüber nachdenkt, kann man sich vielleicht denken, wie das Ganze funktioniert. Eine Kamera vor den Drucker stellen und die Geschwindigkeit erhöhen, ist leider nicht die Lösung, da hier sowohl die Druckkopf- als auch Druckbettbewegung erfasst werden würden. Und das sieht dann eher chaotisch als magisch aus. Das Ganze funktioniert wie folgt. Der 3D-Drucker pausiert nach einer Schicht oder einer gewissen Zeit den Druck und fährt an eine vorbestimmte Position. Eine Kamera nimmt dann genau in dieser Position ein Foto auf und der Druck wird anschließend fortgesetzt. Wenn man das zum Beispiel nach jeder Schicht wiederholt, entstehen eben diese beeindruckenden Aufnahmen. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, solche Aufnahmen zu realisieren. Unter anderem diese All-in-One-Lösung von Mintion. Dabei wird einfach der 3D-Drucker per USB-Kabel direkt mit der Kamera verbunden und nach einer kurzen Einrichtung kann man mit den Timelapse-Aufnahmen beginnen. Doch um die Vorzüge und Kompromisse dieser einfachen Lösung zu verstehen, sollten wir uns erstmal eine kompliziertere Lösung genauer anschauen. Die beste Qualität bekommt man natürlich mit einer hochwertigen Fotokamera. Damit die Kamera im richtigen Augenblick auslöst, brauchen wir einen Auslöser, den der 3D-Drucker im richtigen Augenblick betätigen kann. Hier muss man dann ein wenig kreativ werden und schauen, was am besten funktioniert. Ein Mikroschalter, wie man ihn von entsprechenden Endstops bei vielen 3D-Druckern kennt, wäre hier eine simple Option, die man leicht in Druckkopfreichweite platzieren kann. Und dieser Mikroschalter wird dann mit einem Klinkenkabel verlötet, der dann in die Kamerabuchse für einen Fernauslöser kommt. Diesen Anschluss haben nahezu alle guten Kameras. Ganz simpler Aufbau, beim Schließen des Stromkreises wird dann einfach ein Foto geschossen. Jetzt muss man sich Gedanken darüber machen, wie man den Mikroschalter so platziert, dass der Druckkopf ihn in seinem Bewegungsspielraum trifft. In diesem Beispiel habe ich einen entsprechenden Halter für den Anycubic Viper in Fusion 360 konstruiert und den Mikroschalter passend angebracht. Ihr seht das hier. Ich hatte den Halter erst zu kurz konstruiert. Er wurde zwar getroffen, wenn ich den Druckkopf per Hand verschoben hatte, lag aber außerhalb der Bewegung, die durch G-Code möglich ist. Und da der Schalter hinterher per G-Code angesteuert werden soll, musste der Halter entsprechend verlängert werden. Mit dem neuen Halter muss man nun genau die X-Position finden, an dem der Schalter auch auslöst. Das kann man zum Beispiel mit Pronterface machen und braucht auf jeden Fall ein paar Versuche. Man steuert das Ganze mit G-Code an und lotet dann aus, an welcher Zahl der Schalter genau getroffen wird. Im selben Schritt sollte man noch die Position für Y und das Druckbett festlegen, an der dann auch das Foto gemacht werden soll. Hat man beide Positionen gefunden, muss man ein Skript definieren, bei dem der Drucker zum Beispiel nach jeder Schicht an diese Position fährt, um halt den Schalter auszulösen und sich in Pose für das Foto zu stellen. In Cura gibt es das vorgefertigte Skript Timelapse, bei dem man dann auch gleich die Geschwindigkeit und einen Retract einstellen kann, damit die Qualität nicht unter der Zeitraffer-Funktion leidet. Sind diese ganzen Schritte erledigt, sollte man ein funktionierendes Skript haben, welches zuverlässig arbeitet. Es gibt hier keine pauschale Lösung, da jeder 3D-Drucker physisch ein wenig anders aufgebaut ist und auch bei den Kameraeinstellungen sollte man sich ein wenig auskennen. Es ist zum Beispiel ratsam, den manuellen Modus der Kamera zu nutzen, um immer die gleiche Belichtung zu haben. Auch Tageslicht sollte vermieden werden, denn natürliches Licht ändert sich zum Beispiel je nachdem, wie die Wolken oder die Sonne gerade stehen und wenn man eine Zeitraffer-Aufnahme über mehrere Stunden macht, muss man das natürlich im Kopf haben. Ihr seht schon, das Thema ist ziemlich komplex und gerade für Einsteiger vielleicht etwas abschreckend. Doch es geht zum Glück auch deutlich einfacher. Die bereits erwähnte Kamera von Mintion soll eine Plug-and-Play-Lösung für jeden 3D-Drucker sein, der mit Mahlen-Firmware arbeitet. Da die Firmware nicht der einzige Faktor ist, gibt es eine Liste mit kompatiblen Druckern und diese Liste wird ständig erweitert, es lohnt sich da also öfter mal drauf zu schauen. Die Kamera wird in einem Ready-to-go-Kit geliefert und beinhaltet diverse Anschlusskabel, eine Micro-SD-Karte und ein passendes USB-Netzteil. Ich war ehrlich gesagt etwas irritiert von der Hunde-Optik und auch der Name Beagle ist jetzt nicht das, was ich von einem hochtechnologischen Produkt erwarte. Ja, wahrscheinlich handelt es sich hier um ein Design einer Überwachungskamera von Innenräumen und sollte ursprünglich vielleicht Hundebesitzer oder so ansprechen oder das Design-Team mag einfach Hunde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, ist auf jeden Fall ein wenig unglücklich vom Design, allerdings wird der Einsatzzweck 3D-Drucker schon klar, sobald man die Kamera umdreht. Denn hier befindet sich eine USB-A-Buchse, an der man dann den 3D-Drucker anschließen kann. Nahezu jeder 3D-Drucker hat eine Anschlussmöglichkeit per USB, beim Ender 3S1 zum Beispiel an der Front per USB-C, beim Ender 3V2 per Micro-USB und beim Anycubic Viper mit altem USB-Anschluss. Man kann da einfach das USB-Kabel nehmen, was beim Drucker beiliegt. Bei der Kamera selbst ist ein Micro-USB-Kabel dabei, das passt aber nur bei wenigen Druckern. Wie gesagt, der Ender 3V2 hat Micro-USB, wundert euch also nicht, wenn das mitgelieferte Kabel nicht bei eurem Drucker passt und nehmt da das Kabel, was beim Drucker dabei war. Die Einrichtung der Kamera funktioniert per Smartphone-App, entweder iOS oder halt Android. Hier muss man sich einen Account beim Hersteller erstellen und dabei eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Anschließend wird die Kamera per Wi-Fi in das Heimnetzwerk gebracht und das war's eigentlich schon. Man hat nun die Option, die Kamera entweder per App oder über den Browser anzusteuern. Dazu gibt man einfach die über die App einsehbare IP-Adresse der Kamera in den Browser ein und kann sich dann mit Nutzername und Passwort einloggen. Das ist alles recht einfach gemacht und wird auch in der mitgelieferten Anleitung ausführlich erklärt. Leider alles nur auf englischer Sprache, in Deutsch gibt's das leider nicht. In den Einstellungen wählt man nun aus einer Liste den eigenen Drucker aus und aktiviert die Timelapse-Funktion. Auch hier hat man die Option, eine Mindestzeit für die Schicht einzustellen und Werte für den Rückzug und die dazugehörige Geschwindigkeit anzugeben. Die Druckaufträge bzw. Modelle werden wie gewohnt z.B. in Cura geslicet. Der Hersteller empfiehlt aktuell auch Cura bzw. den Creality-Slicer, welcher ja auf Cura basiert. Der Prusa-Slicer wird, wie man auf der Website lesen kann, noch nicht vollständig unterstützt. Die geslicten Dateien werden dann über den Browser oder die App hochgeladen und über das Interface gestartet. Und der Rest, der geht von allein. Ihr seht das hier, der Druckkopf fährt automatisch nach jeder Schicht ganz nach links und das Druckbett auf die maximale Y-Position. Leider kann man die Position des Druckkopfes bei der Aufnahme aktuell nicht ändern bzw. einstellen und daher ist sie immer gleich. Ist der Druck abgeschlossen, erscheint automatisch eine runterladbare Videodatei in der App oder halt in dem Webinterface. Diese kann nach dem Download dann einfach abgespielt werden und sieht wie folgt aus. Technisch funktioniert das alles einwandfrei und für Social Media oder die private Anwendung ist die Qualität auch in Ordnung. Wir haben hier 1080p mit maximal 25 Bildern pro Sekunde. Definitiv nicht High Quality, sondern eher so Webcam Qualität. Auch die Brennweite ist eher ein starker Weitwinkel, also nicht so ein schön komprimiertes Bild, wie man das beispielsweise mit einer höheren Brennweite bei einer Spiegelreflex oder so haben kann. Also da ist man natürlich limitiert auf die Linse der Kamera, die eben so einen ganz normalen Überwachungskamera Winkel hat. Neben der Kamera Qualität spielt natürlich auch das verwendete Licht eine große Rolle. Wie gesagt, wenn ihr natürliches Licht nutzt, dann müsst ihr damit rechnen, dass bei einer 5 Stunden Timelapse das Bild immer dunkler wird. Am besten nehmt ihr da künstliches Licht und haut das wirklich schön hell auf den Druck und dann kann selbst so eine Überwachungskamera bessere Bilder machen, als wenn man nur Zimmerlicht oder so hat. Da auf jeden Fall investieren, wenn ihr da das Ergebnis verbessern möchtet. Die Beagle Kamera ist hier deutlich einsteigerfreundlicher und mit aktuell 69 Euro nicht wirklich teurer als eine normale Überwachungskamera ohne für 3D-Drucker spezifische Optionen. Neben der Timelapse-Funktion kann die Kamera auch als Überwachungskamera eingesetzt werden. Mit der Nachtsichtfunktion geht das auch im Stockdunkeln und weil das Ganze über einen Mintion-Account läuft, auch übers Internet, ohne dass man im selben Netzwerk ist wie die Kamera. Wenn ihr also unterwegs seid, könnt ihr ganz normal über die mobilen Daten auf die Kamera zugreifen, Sachen steuern oder einfach checken, was euer Druck gerade macht. Auch das Steuern des 3D-Druckers ist möglich. Man kann, wie gesagt, gesleistet G-Code-Dateien hochladen und starten, aber auch Achsen bewegen oder die Temperatur des Druckers ändern. In meiner Testzeit bin ich gerade bei der App auf einige Bugs gestoßen. In der iOS-Version lässt sich die Drucktemperatur bei manchen Druckern nicht vernünftig einstellen und auch beim Setzen des Retract-Werts gibt es Probleme in der App. Ich habe alle mir bekannten Bugs gemeldet und mir wurde zugesichert, dass aktuell fast wöchentlich Updates kommen, welche die Handhabung verbessern. Gerade wo ich diesen Text hier einspreche, habe ich eine Mail bekommen, wo aktuell nochmal wieder eine neue Version der App rausgekommen ist und ich finde ganz gut, dass der Hersteller an der App arbeitet, auch wenn die App, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, alles andere als perfekt ist. Die stürzt auch manchmal ab, also erwartet da keine perfekt durchdesignte App. Das ist so ein bisschen Work in Progress. Der Prusa MK3S Plus steht zum Beispiel aktuell noch unter den zu testenden Druckern und bei mir funktionierte die Verbindung mit meinem MK3S Plus aktuell leider gar nicht. Auf Nachfrage wurde mir hier gesagt, dass der MK3S Plus ab dem 16.05. voll unterstützt wird. Also wie gesagt, alles so ein bisschen Beta und es kommen nach und nach Features. Der Anycubic Viper, welcher ebenfalls noch nicht final unterstützt wird, funktionierte hingegen wunderbar. Hier mal ein weiteres Timelapse Video mit dem Viper. Was aktuell nicht funktioniert, war der Vasenmodus in Verbindung mit dem Viper. Da wurde die Druckgeschwindigkeit über die Biegelkamera extrem erhöht und es kam zu einem Fehldruck. Hat man die Datei normal über die SD-Karte geladen, druckte der Viper die Vase tadellos. Das lag also am Timelapse-Skript der Biegelkamera, die da irgendwas am G-Code kaputt gemacht hat. Was man auch nicht machen sollte, ist den falschen Drucker auszuwählen. Wählt man den falschen Drucker, funktioniert der G-Code nicht und der Drucker macht was ganz komisches. Ich hatte hier beispielsweise den Prusa MK3S Plus ausgewählt und habe das Ganze auf einen Viper hochgeladen und dann ratterte die X-Achse irgendwo nach rechts. Also da auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da den richtigen Drucker beziehungsweise das entsprechend richtige Profil wählt. Die Kamera ist außerdem ziemlich leicht und daher lässt sie sich mit den zwei angeschlossenen Kabeln, die so ein bisschen störrisch sind, nicht wirklich mühelos positionieren. Ein Stativgewinde fehlt leider und allgemein finde ich den Aufbau nicht wirklich 3D-Drucker-tauglich. Es gibt auf Thingiverse diverse Halter zum selber ausdrucken für die Biegelkamera und einen davon habe ich auch mal ausprobiert. So sieht das Teil aus und ist kompatibel zu allen Druckern mit Standard-Alu-Profilen, die offen sind. Die zwei Haken können mit der Unterseite der Kamera verbunden und fixiert werden. Für die Montage kopfüber war das Gelenk allerdings zu lasch. Ihr seht das hier. Eine bestimmte Position konnte so also nicht wirklich gehalten werden. Ich habe dann einfach mit einem Skalpell diese zwei kleinen Kappen an den Enden rausgeprokelt und darunter eine Kreuzschraube entdeckt. Mit dieser kann das Gelenk dann straffer eingestellt werden und nun funktioniert ja auch das Positionieren der Kamera einigermaßen gut. Nächstes Problem war der Winkel und die Ausrichtung. Auf den Promo-Bildern von Mintion wird leider Quatsch angezeigt, da die Y-Achse nicht an der angezeigten Mittelposition, sondern ganz vorne stehen bleibt, wenn ein Foto geschossen wird. Und um den Winkel hier passend einzustellen, ist der USB-Stecker leider im Weg. Ihr seht hier, was ich meine. Das ist alles so ein bisschen suboptimal designt. In der Software fehlt außerdem die Möglichkeit, das Bild vertikal zu spiegeln. Das sind alles Kleinigkeiten, was in Summe allerdings nicht ganz ausgefeilt wirkt. Bei der Positionierung würde ich auf jeden Fall empfehlen, mir einen Adapter für ein ganz normales Stativ auszudrucken und dann auch ein Stativ zu verwenden. Irgendwas Flexibles, vielleicht ein Gorilla-Pot oder so. Damit kann man das Ganze sehr schön positionieren und je nach Winkel entstehen dann natürlich auch schönere Timelapse-Aufnahmen. Insgesamt für aktuell 69 Euro allerdings eine simple Option, wenn man Überwachung, rudimentäre Steuerung und eben Timelapse-Aufnahmen möglichst einfach in einem Paket haben möchte. Bei Interesse findet ihr einen entsprechenden Link unten in der Videobeschreibung. Und da ich quasi spüren kann, wie mindestens 50% von euch seit 10 Minuten unruhig auf ihren Stühlen rumrutschen und sich die ganze Zeit denken, warum nutzt du nicht einfach Octoprint mit Octolabs, das ist doch so einfach, möchte ich natürlich auch ein paar Worte dazu loswerden. Also, eine dritte Möglichkeit für Timelapse-Aufnahmen wäre Octoprint. Dafür braucht man einen Raspberry Pi und eine kompatible Webcam. Dieses System ist allerdings nicht Plug & Play und für Laien relativ komplex von der Einrichtung. Klar, es gibt im Netz viele Anleitungen zur Einrichtung von Octoprint und ich verlinke euch da auch mal ein paar gute Anlaufstellen unten in der Videobeschreibung. Octoprint selbst hat zwar eine eingebaute Timelapse-Funktion, diese nimmt allerdings nur jede Schicht ein Foto auf und fährt den Druckkopf und das Druckbett nicht an eine fixe Position. Man kann sich allerdings das Plug-in Octolabs runterladen und kann dann wirklich alles einstellen, was man möchte. Auch hier ist die Einrichtung wieder relativ komplex und man muss wissen, was man hier einstellt, um ein anständiges Ergebnis zu erhalten. Man muss das Ganze auch immer so ein wenig reflektieren. Klar, wenn man Plan hat und sich auch mit Raspberry Pis und der Einrichtung von so einem Betriebssystem auskennt, ist das alles ziemlich einfach und auch wenn man hier ein paar Sachen einstellen muss und man weiß, wo man im Slicer nachschauen muss, ist das alles simpel und auf jeden Fall machbar. Es gibt aber Leute da draußen, die daran verzweifeln werden und eben nicht wissen, was zu tun ist und für die ist dann die zuvor gezeigte Beagle-Kamera vielleicht die bessere Lösung. Oder sich durchbeißen und dann zu einem wirklich richtig guten Ergebnis kommen. Aber so ist es ja mit wirklich sehr vielen Dingen im Leben. Mit noch ein bisschen mehr Aufwand kann man theoretisch auch eine große Profikamera mit Octolabs verbinden und spart sich so das Thema mit dem physischen Schalter und dem manuellen Skript bei jedem Druck. Neben Octolabs hat Octoprint noch unzählige Funktionen und kann über Plugins in viele Richtungen erweitert werden. Ich habe zum Beispiel ein Touchscreen mit Octoprint verbunden und kann bei Bedarf auch über diesen Einstellungen vornehmen. Octodash heißt das Ganze, wenn ihr euch dahingehend informieren wollt. Doch um das und Octoprint im Allgemeinen detaillierter zu erklären, fehlt uns in diesem Video auf jeden Fall die Zeit. Wenn ihr Interesse habt, stellt spezifische Fragen und dann gibt es vielleicht nochmal ein separates Video, wo ich ein bisschen mehr auf Octoprint, diverse Plugins und vielleicht auch den Touchscreen und so weiter eingehe, weil die Möglichkeiten sind da wirklich unendlich, aber wird auch ein bisschen komplex. Wie gesagt, mal gucken, wie da so das Feedback ist. Ich hoffe, ihr konntet einiges über Zeitrafferaufnahmen und die verschiedenen Möglichkeiten lernen und solltet ihr Fragen zu der Beagle-Kamera oder allgemein zum Thema Timelapse haben, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare und ich versuche da aktiv zu antworten. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr zukünftige 3D-Drucker-Videos nicht verpassen wollt und aktiviert gerne die Glocke, um da automatisch benachrichtigt zu werden. So, jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen und sage bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, bis denn, Peace! music 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 Untertitelung des ZDF, 2020